Was bedeutet das jetzt auch für die Moral der ukrainischen Soldaten, über die wir hier auch gesprochen haben, die Russland ja überrascht hat, aber selbst Präsident Zelensky, der ja immer eher motivierend war, muss jetzt zugeben, dass Russland sowohl bei Ausrüstung als auch Anzahl der Soldaten zumindest in diesen Gebieten deutlich überlegen ist? Ich sagte eben schon, es geht jetzt immer hin und her. Ich meine, die Russen haben natürlich auch erkannt, wie stark die Ukraine und vor allen Dingen wie aufopferungsvoll sie verteidigen. Und eigentlich haben sie es zu spät erkannt aus ihrer Sicht. Ja, natürlich. Also haben sie jetzt alles, was sie haben, konzentriert auf einen relativ überschaubaren Raum. Und das führt dazu, dass sie örtlich natürlich eine deutliche Überlegenheit erzielt haben. Und das bedeutet für die Ukraine in der Tat, das sind jetzt wirklich heftige Kämpfe, die sie dort zu überstehen haben. Und ich befürchte mal, die Verluste auf beiden Seiten sind gewaltig. Das muss man so sehen. Und ich sehe auch im Augenblick die Russen, was diese örtliche Überlegenheit anbelangt, klar im Vorteil. Die Frage ist, welches Durchhaltevermögen. Und das würde ich so sehen. Was brauchen die ukrainischen Streitkräfte jetzt? Sie brauchen Durchhaltevermögen. Denn ich gehe davon aus, irgendwann wird sich das Blatt auch wieder wenden. Und dann muss man schauen, wie man die ukrainischen Streitkräfte ausrüstet, welche Taktik sie anwenden, um dann vielleicht wieder einmal örtlich in der Lage zu sein, zu Gegenangriffen, zu Gegenstößen. Aber das ist schwierig. Da sind wir ja dann indirekt oder direkt auch schon beim Thema Waffenlieferungen. Nur selbst wenn jetzt Waffen auch aus Deutschland noch zusätzlich geliefert werden, wann sind die denn einsatzfähig militärisch? Das dauert doch Wochen, oder? Das ist exakt das Problem. Spät für dieses Gebiet. Aufs Gefechtsfeld steht. Die Ausbildung, die Unterstützung, die Logistik, die Munition, der Betriebsstoff, das Zusammenspiel der Kräfte, die Kommunikation, Sprechfunk, digital. Das dauert. Das erfordert einfach Zeit. Nicht umsonst dauert so eine Ausbildung bei uns in Deutschland unter Friedensbedingungen fast ein Jahr. Also man macht sich einfach Illusionen darüber, dass übermorgen das alles bereitstehen kann. Dazu kommen natürlich die politischen Entscheidungen, die wir gehört haben, dass wir eben doch kein westliches Großgerät oder Großgerät aus NATO-Produktion dahin schaffen wollen. Ich höre und lese jetzt, die Amerikaner haben Haubitzen geliefert, die berühmte M577, eine hervorragende Haubitze, aber eben auch eine Feldhaubitze. Sie wird gezogen wie ein Anhänger hinterm Lkw. Das dauert alles und ich glaube auch, man muss sich die Zeit nehmen, denn es geht hier um Krieg, es geht um Menschen und man kann nicht halbfertig ausgebildete und ausgerüstete Soldaten in einen so brutalen Krieg schicken. Das dauert alles und ich glaube auch, man kann nicht halbfertig ausprobieren.